Hallo, heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Es ist ein schönes Wetter und ich mache einen Spaziergang. Ich möchte gerne ein kleines Video machen, während des Spaziergangs. Was mir gerade so durch den Kopf geht. Ja, es geschieht viel. Vieles versucht, Einfluss auf meinen Geist zu nehmen, auf mein Denken, auf meine Seele, auf meinen Glauben. Ja, und da muss ich etwas aufpassen. Ich lasse nicht zu, dass man meinen Geist zerstört oder negativ manipuliert. Oder dass man meinen Glauben versucht zu zermürben. Ja, das werde ich abwehren. Ich liebe das Leben. Ich liebe diese Welt. Ich liebe das Sein. Ich liebe die Liebe. Das ist so. Ja. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Ich liebe den Augenblick. Den Moment. Ich nehme das Leben so, wie es kommt. Und lasse mich überraschen, was es zu mir bringt. Ich muss nicht alles im Voraus planen oder wissen. Ich muss nicht wissen, jetzt schon wissen, was in fünf Tagen ist oder in fünf Jahren oder in 5000 Jahren oder in 100.000 Jahren. Sondern ich lebe den Moment und die Sekunde. Den Augenblick. Das ist authentisches Leben. Sein. Ja. Ja. Den Moment. Leben. Genießen. Das schöne genießen. Ich habe meine Prinzipien, an denen ich auch festhalte. Die ich verteidige. Das ist eben mein Glauben. Dass ich an das Gute glaube. An die Liebe glaube. Ja. An die nächste Liebe glaube. An Christus glaube. Ja. So. Das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz hier in so einem Video darstellen. Mal schauen, ob der Klang geworden ist. Das muss ich mal sehen. Das hier mit der Technik hapert es bei mir auch immer erst mal ein bisschen. Weil das erstes ein alter PC ist. Alte Programme. Alte Teile, mit denen man irgendwie arbeitet. Und jeden Tag verändert sich irgendetwas. Oder jeden zweiten sagen wir mal, dass wieder etwas Neues aufgebaut hat. Dann findet man irgendwelche Dateien nicht. Oder findet nicht, wie was geregelt wird. Das dauert alles etwas länger. Aber ist nicht schlimm. So. Das wollte ich jetzt nur noch mal so machen. Heute ist sehr schönes Wetter. Ja. Das wird es so. Ich genieße das Sein. Okay. Und das sei es. Ich bin. Ciao. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.